Der Liegestütz auf zwei PC-Bällen ist für alle Athleten und Personen eine besondere Herausforderung und gehört in die Kategorie sehr anspruchsvoll. Die Übung kräftigt die Rumpfmuskulatur, die Brustmuskulatur und den Trizeps. Die Schwierigkeit liegt selbstverständlich in der Kontrolle der beiden Bälle und stellt eine besondere, wirklich eine sehr anspruchsvolle, besondere Übung im Rahmen der Stabilisationsübungen dar.